Ey Leute, es gibt da einen Supermarkt, der ist so gruselig, da spukt es oder so. Aber ich will da trotzdem einbrechen. Wer kommt mit? Niemals gehe ich da hin. Ich habe Angst vor Geistern. Tschüss, wie geil. Kommen wir dann alle ins Knast? Endlich komme ich ins Knast. Nee, da bin ich nicht dabei. Nee, das kannst du knicken, das Ding. Nee. Okay Leute, ich habe extra eine doppelte Brechstange. Kann sein, dass es eine Weile dauert. Schriegeln, lass dich schriegeln. Hä? Einfach als gedacht. Was habe ich gesagt? Ihr spuckt es auch nicht. Nehmt euch mal. Ey, warte mal, komme ich jetzt nicht ins Knast? Was ist das, Mann? Erstmal zu Schokolade, ne? Ja, Mann, Alter. Ich lasse meine Jacke hier. Ich kann nicht mehr. Was? Ist was gepackt? Nee, ist nichts. Okay, geil, Leute. Ah! Was ist los denn, ey? Was ist das? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier stimmt was nicht. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Waffen. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ich grace mich. Ich götre dich mehr. Ich geh hier. Schönen wir den Karten hier. Was ist das, Mann? Warum hast du dann Huhn? Warum? Wenn wir Hunger haben, plötzlich können wir Eier essen beim Kampf. Was ist das denn, Taller? Das benutze ich als Lampen, weil hier ist es schon dunkel geworden. Das ist Gemüse, Bruder. Ist doch scheißegal, das sieht aus wie... Mann, guck mal da. Der ist weg, der ist weg. Warte mal, es ist auch weg. Alles ist deine Scheißschuld. Ich wollte doch nur fröhlich ins Knast rein. Was ist denn meine Scheißschuld? Du musst dich einmal bei irgendwas zurückhalten. Mann, nein, das ist alles deine Scheißschuld, Alter. Ich bin so ein Scheißschuld. Oh! 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 Ich hatte doch noch so weh vor. Warte mal. Ich kann doch einfach rausgehen. Was ist denn hier los? Ist der Spur hier drin oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los, Mann? Was machst du denn? Raus, Herr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was ist denn los hier? Ich kann nicht mehr. Du musst deinen Typ tun, Herr. Scheiß die Wand an. Alter, wie blöd bin ich eigentlich? Ich hätte einfach sofort rausgehen können. Alter, wo bin ich hier? Ich kann so schwer. Mein Name ist Memo von RapCheck und ich stehe hier vor dem Einkaufszentrum, wo es angeblich spuken soll. Ich halte nächste... Ich kann so schwer. Jetzt hast du da gar nichts gekauft, Mann. Doch, ich hab hier diese Schokopählchen geholt. Ey, mach mal schneller ran vorne. Ganz kurz, Mann. Abmoderation. Leute, Mann. Unbedingt auch noch Nelsons Video abchecken. Video-Link ganz oben in der Beschreibung. Guckt das Ding an, kommentiert das Video mit Bodyformers Army. Es ist wirklich sehr, sehr krass geworden. Und danke an den Supermarks. Hat ja echt Spaß gemacht, Freunde. Und kommentiert mal, ob ihr Bock auf mehr Collabos habt. Das würde mich ja gerne interessieren, denn 2019 wird zerrissen. Peace out.